So, hier der Sebastian aus Landau, du bist der Seidenquäler bei den Kindern. Seidenquäler, ganz genau, richtig. Du bist das kleinste Kind oder seltenste Kind, mittler drin? Ich bin das dünnste Kind auf jeden Fall. Das dünnste? Das dünnste. Von den Dicken. Von den Dicken, genau. Du bist ein echter Landauer? Ich bin ein echter Landauer. Seit wann bist du bei den Kindern dabei? Von Anfang an? Ferrero seit vier Jahren. So ungefähr, genau. Ja, das geht immer. Als Landauer, wo kam in Landau hin? Als erstes Mal zu mir und ansonsten würde ich sagen... Aber nicht die Männer? Nein, nur die Frauen natürlich. Also, Logo ist nicht schlecht. Da finden wir auch öfter die ganze Band. Ja, und Green, Lemon, je nachdem. Barock, das übliche, A65. Das ist nicht in Landau. Das ist eine Kanne, genau. Die Dicken Kinder, habe ich gehört, die machen jetzt A65 Konkurrenz. Sie machen eine neue Diskothek auf, ab 65. Genau, also wir haben da eher unser eigenes A65 und zwei im Universumkino in Landau. Universum Splash, wie oft noch? Genau. Jede Woche? Ne, 14-tägig wie immer und bis ans Ende unserer Tage, hoffe ich. Okay, und das Projekt nennt sich Splash? Genau, also die Veranstaltungsreihe heißt Splash und ist immer 14-tägig mittwochs. Und das ist die Band Dicken Kinder. Und ihr habt ja schon Gastmusiker von Söhne Mannheims oder was? Von regional bis national, alles was vertreten. Geil! Okay, Sebastian, deine Grüße schieß ab. Meine Grüße gehen in allererster Linie an die ganze Band, die geilste Band der Welt. Und ansonsten an alle unsere Fans. Okay, dankeschön. Das war's. Das war's.